Prinz Harry, darum gefährdet er Sicherheit der Royal Family. Prinz Harry, 38, packt in seinen Memoiren Spare, DT, Reserve, aus. Detailliert legt er dar, in welchen Situationen er mit Mitgliedern seiner Familie, insbesondere Prinz William, 40, und König Charles, 74, aneinander geraten ist. Dabei gibt der Herzog von Sussex den Leser, ihnen auch einen Einblick in die Paläste. Beschreibt die Grundrisse der verschiedenen königlichen Residenzen. Dies sieht ein Experte als Gefährdung der Royal Family. Prinz Harry gibt in seinem Enthüllungsbuch unter anderem die Lage des Schlafzimmers von Queen Elisabeth, 96, auf Balmoral sowie die genaue Position des privaten Wohnzimmers von König Charles in Clarence Hauspreis. Die Devis, der 50 Jahre lang bei der Polizei und im Sicherheitsdienst gearbeitet hat, hält dies für fahräßig. Diese Enthüllungen beunruhigen mich sehr und werden wahrscheinlich auch das derzeitige Team von Prinz Harry beunruhigen, sagt er gegenüber dem britischen Telegraph. Denn nur einer würde diese Art von Informationen preisgeben, zumal es schon immer Leute gegeben hat, die versucht haben, sich Zugang zu Teilen der königlichen Paläste zu verschaffen. Dementsprechend könnten sich solche Informationen für Stalker, Innen, Personen mit psychischen Problemen oder Terroristen als nützlich erweisen. Schließlich hätte es einen Grund, dass der Buckingham Palace niemals Details über Sicherheitsmaßnahmen an die Öffentlichkeit gibt. Prinz Harry berichtet in seinem Buch von dem Moment, als Herzogin Mekhan, 41, Charles und Königin Camilla, 75, zum ersten Mal vorgestellt wurde, als sie an der Tür des Clarence-Haus von einem Butler und einem Hausverwalter begrüßt wurden. Sie führten uns den langen Korridor hinunter, vorbe an den großen Gemälden und vergoldeten Spiegeln. Über den purpurroten Teppich mit dem purpurroten Läufer, vorbe an der großen Vitrine. Die mit glänzendem Porzellan und erlesenen Erbstücken gefüllt war, die knarrende Treppe hinauf. Die drei Stufen hinaufführte, bevor sie nach rechts abbog, weitere zwölf Stufen hinauf und dann wieder nach rechts, schreibt der zweifache Vater. Verwendete Quellen, Telegraph-Koog, spare von Prinz Harry.